...war vertreten. Also, bereits seit 1965 ist die Gruppe vertreten und damit einer der Ältesten. De Registrat, Hoppat. Viel Spaß mit diesem unglaublich aufwendigen und schönen, zweiteiligen Modell. So, gleich das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ein besonderer Moment in Bezug auf den Entwurf der Corso-Gruppe Heuland. Seit Jahren, genauer gesagt seit 23, Bullen, Glenn und Chris, das Designer-Duo. Sie haben jedoch einen Schritt zurück gemacht, aber sie bauen natürlich immer noch mit. Der Ausdruck lautet große Fußstapfen, die es gilt zu füllen. Wie es auch oft bei markanten oder berühmten Führern schon vorher war, Gandhi, Nelson Mandela und Churchill. Und jetzt nur ein paar zu nennen. Ja, und das Ganze verdient natürlich gut. Wir sehen hier eine riesige Kalibatik, die in der Zeitung ist noch eine kleine Frage vorliegt. 14 Darsteller gemacht mit Fahnen, sodass so eine sehr wichtige Mühle hin und her schließen. Die E-Kreis ist bei der nächsten Maske, die hat die nächsten E-Kreis, die dann noch passieren kann. Der ist jetzt 100.000 Blut im Prinzip. Die E-Kreis sind seit Jahren in einem Riesenverstand. Die zweite Gesang von Brenn-Hebel E-Kreis ist in der Strafe der Hunde, die in der Hunde hat, die dann noch eine sehr starke Anmerkung der Erkannte. Jetzt wird noch ein kleiner Applaus für die Spitzendesigner von Brenn-Hebel E-Kreis mit seinem Kraft. Kalibale für Heuland. Wir sehen, wie es halt die E-Kreis sind. Wir haben heute einen besonderen Moment. Es ist ein Jahr und Jahr 23, um genau zu sein. Aber Len & Chris mit einem Unterwärmste Doe, sie haben ein echtes Schritt zurückgegangen. Aber wir bauen viel mit. Wir sehen hier eine Böse-Achtung-Kannibau. Mit der Freilachmahe sind sie eben. Wir haben hier eine Böse-Achtung-Kannibau. Wir haben hier eine Böse-Achtung-Kannibau.